So Freunde, da sind wir wieder an der FRIM mit meinem Freund Martin. Martin, danke noch mal für die zweite Einladung. Wie sieht es heute aus? Ja, Juri, es hat lang genug gedauert, bis wir hier Teil 2 machen können. Und heute ist der Zielfisch der Döbel. Die gehen momentan richtig gut. Das ist so typisch Herbst und Forellen ist jetzt fast gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob sie abgewandert sind oder ob sie einfach nicht mehr wollen. Vielleicht, wie wir vorhin schon gemutmaßt haben, dass sie schon so Richtung Laichzeit gehen. Die FRIM ist auch nur noch knappe zwei Wochen offen. Dann geht sie zu, wegen den Salmoniden. Und ja, heute mit kleinen Spinnködern auf Döbel. Und da schauen wir mal. Ich bin mir sehr sicher, dass da heute was geht. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Es hat auch sehr lange gedauert, bis wir uns wieder getroffen haben. Richtig. Aber gut Ding will Weiler haben und heute geht's ab. Auf geht's. So Freunde, das ist meine erste Stelle hier. Der Martin hat sie mir empfohlen. Ruhiges Wasser, etwas tief. Döbel mögen sowas. Das ist jetzt so ein richtiges Indiana-Spiel. Man muss sich hier ducken. Vorsichtig sein, am besten auch leise sein. Und jetzt werden wir mal gucken, ob hier Döbel stehen. Ich weiß es nicht. Oh, das hast du gesehen. Direkt in der Absichtphase, mein Freund. Ich brauche meinen Käscher. Direkt in der Absichtphase. Oh, das ist ein Döbel. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Aber das war klasse. Er hat jetzt wahrscheinlich gemeint, oh, was ist da jetzt ins Wasser gefallen? Und sofort reagiert. Wow, mein erster Döbel. Und was für ein schöner. Und was für ein schöner. Ja, komm her. Jawohl. Mein erster Döbel. Sticky. 2,4 Gramm. Wow. Farbe gelb. Mein erster Fremdöbel. Danke, mein Freund. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wow. Wow, wow, wow. Genau, also hier vorne ist viel zu flach. Aber da hinten dran ist ja wieder so eine kleine Rausche. Genau. Und da ist ein schönes Becken. Und da haben wir eben von oben gesehen. Deswegen hätte man die Gummistiefel angehabt, könnte man eigentlich sogar drüber gehen, auf die andere Seite und sogar besser befischen. Aber vielleicht erwischt es jetzt einen. Okay, Freunde. Jetzt probieren wir mal diese Stelle hier. Ich sehe halt ohne Brille gar nichts ehrlich gesagt. Aber die hole ich, wenn wir ins Auto gehen. Okay, irgendetwas habe ich gehabt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich weiß nicht, ob das ein Fisch war. Ich würde sogar noch gerne etwas weiter vorlaufen. Gerade, wo ist sie gehen? Auf den Wurzeln? Genau, auf den Wurzeln ist es eigentlich... Uah! Uah! Nee. Fisch? Ja, ja, das ist ein Fisch. Das ist ein... Das ist ein Fisch, aber ich muss jetzt auf jeden Fall nach hoch. Kannst du mal mit dem Kücher kommen, irgendwie? Ja. Also den Fisch kann ich noch halten. Puh, Freunde. Okay, ist ab. Es ist ab. Es ist ab. Ja, das war richtig großer, ne? Freunde, leider habe ich den Fisch verloren jetzt. Wegen den Ästen. Puh, aber... Jetzt schauen wir mal. Oh, nee. Oh, Martin! Ja, ich habe noch einen. Aber der ist wieder... Der ist unter den Ast gegangen. Ich lasse ihn frei. Ich lasse ihn laufen. Ich lasse ihn laufen. Aber ich kriege ihn nicht raus. Der ist noch dran, aber der hängt... Guck mal, was das ist genau. Ich habe ihm zu viel Platz gelassen. Der kämpft noch. Also der ist... Oben rum. Aber wie? Fisch ist noch dran? Ja, ja, er kämpft noch. Er kämpft noch. Aber... Warte mal, ich gehe gleich zu dir, mein Freund. Puh. Da hängt er diesen Scheißrohr. Kannst du das auch hochheben. Mit dem Netz. Genau. Ihr seid ja Freunde, oder? Ja, 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 ja. Komm! Zusammen, zusammen. Zusammen. Ich gebe Schnur, ich gebe Schnur, ich gebe Schnur. Puh! Hey! Oh, Mann! Oh, Mann! Puh! Also sowas hätte ich hier überhaupt nicht erwartet. Den habe ich... Sowas hätte ich hier überhaupt nicht erwartet. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein zweiter! Mein zweiter! Was ein Abenteuer! Wow! Durch Brennensee, durch... Durch alles, durch Stachelbeeren. Aber... Mein zweiter. Danke, Martin. Vielen Dank. Das ist eine richtig gute Stelle hier. Hier wahrscheinlich im Frühjahr gut Forellen, oder, Martin? Ja, ja. Mhm. Gut, aber super. Ja. Ah! Ehrlich? Ja, ja. Ah! War aber nicht so groß. Ja, aber trotzdem. Aber die sind doch da. Ja. Aber wie gesagt, du kannst... Wieder! Ah, die sind die kleinen. Ja, du kannst ruhig... Mein blicken... Oh! Hast du einen? Ja! Ja! Jawohl! 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 Jetzt bin ich mal gespannt, wie groß der ist. Oh! Oh! Der hat auch so um die 30. Da ist der Gescher, mein Freund. Ja! Das ist auch ein schöner Fisch. Jawohl! Klein, aber fein und vor allem mein. Das ist auch eine sehr gute Stelle. Ich fang... Was? Hast du schon gesehen? Ja. Und der hat uns auch gesehen? Ja, aber es war nur einer. Okay. Ja, gut. Ja, ja. Interesse hat er gezeigt. Hast du gesehen? Ja. Interesse hat er gezeigt. Okay. Ja, ja. Aber kein großer. Ja, doch. Der ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Wir holen gleich vor, dass wir noch Chancen haben auf die anderen. Ja, ja, ja. Ich mach hier ganz vorsichtig. Der ist nicht so groß. Nicht so groß. Komm, wir machen hier kein Radau ganz groß. Komm her, komm her, komm her. Jawohl, der ist drin. Fische haben wir gefunden. Da steht noch ein Riesendübel. Den probiere ich jetzt auch rauszuholen. Jawohl. So, Freunde. Das ist jetzt eine typische Töbelstelle. Flügelbinker habe ich jetzt drauf. Ob die Töbel jetzt auf dem Flügelbinker stehen. Oder doch auf dem Sticky. Wow. 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 Das war eine ganz leichte Attacke. Fische. Und das ist, glaube ich, sogar ein Töbel. Küche. Mann, ich bin nicht gerutscht. Ist das eine Backforelle? Doch, das ist ein Töbel. Okay, Freunde. Flügelblinker. Jawohl. Komm her, komm her, komm her. Ah. Ei, 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 ei. Ich habe zu lange geruttet hier. Komm her, komm her, komm her, komm her. So, das funktioniert nicht. Komm her. Jawohl. Auch der Flügelblinker bringt mir jetzt Fische. Schöne Töbel. Ich habe zuerst gedacht, dass wir Backforelle, aber schaut mal. Wow. So massive Fische hier an der Flügel. Geil. Danke, Martin. Danke. So, Freunde. Seht ihr diese Stelle? Ich weiß es nicht, ob ich jetzt Fische treffe. Ich muss auch ganz vorsichtig runtergehen. Puh. Aber das sieht gut aus hier, finde ich. Au. Au. Raus, 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 raus. Nein, ich schätze raus. Auf die Schnelle. Auf die Schnelle. Ach, cut. Hm, okay. Uah, 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 uah. Ich wollte schon aufgeben, mein Freund. ich wollte schon aufgeben. guck mal, hast du den gesehen? ja. der ist nach vorne hochgegangen. das war kein kleiner. das war richtig massiver, ja, ja. der war direkt hier. aber der steht dort, Martin. aber der Bikesitz hat, wenn er gepflichtet ist. so Freunde, kein riesen, aber ein wunderschöner und der flügelblinker macht die fische verrückt. unglaublich. wow. also Freunde, wir haben hier zwei riesen fische gesehen und die stehen jetzt direkt unter diesem ast. direkt hier. oh, die sieht man, Martin. die sind direkt unter dem ast. direkt unter dem ast. das sind zwei oder drei fische. da sind sie. direkt hier. direkt hier. ja, ja, ja. schmeiß in diese lücke. einfach in die lücke schmeißen. genau. jawohl, 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 jawohl. ja, 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 ja. genau. jetzt das ist guter Wurf. so Freunde, unser angeltag geht so langsam zu ende. wir probieren vielleicht noch an einem oder dem anderen platz. aber so langsam sehen wir es schon. wir haben sehr viel strecke gemacht. wir haben auch sehr schöne fische gefahren. und auch sehr schöne fische verloren. alles Döbel. Döbel, Martin war es. Bachforellen haben wir auch, glaube ich, ein, zwei gesehen. nachläufer. aber da waren wir uns nicht so sicher. und es hat mega viel spaß gemacht. richtig viel spaß gemacht. von anfang an habe ich sehr viel action gehabt. adrenalin pur. jetzt bin ich platt. muss ich ehrlich sagen. ich bin richtig platt. aber es hat so viel spaß gemacht. wir sind fertig für heute. richtig fertig. sowohl mit der strecke als auch körperlich. viel geklettert heute. viel indianer fischen. viele kratzer. viele brennesseln. und letzte stelle hier haben wir uns eben noch mal an den ganz großen die zähne ausgebissen. Döbel ist ja generell bei vielen anglern gar nicht so beliebt. und eher bei fangen. auch beim forellen fischen oder so. aber die gezielt anzugehen und auch gezielt die großen zu fangen ist doch eine kunst für sich. haben wir heute teilweise geschafft. aber die ganz großen. dafür hat es noch nicht gereicht. aber das alles ist einfach. wir haben heute ein 44er rausgeholt. genau. 44 war glaube ich so. 44 war der erste und der grösste von heute. denke ich auch. ja und wir haben bestimmt fische über 50 gesehen. aber gut. es war trotzdem ein geiler tag. es hat spaß gemacht. richtig. so macht angeln richtig laune. Martin. ja. ein 50er. boah. das war ein 50er.